Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet. Endlich haben wir unseren Widerstand durchbrochen. Es wurde auch mal Zeit. Wir haben gestern zum ersten Mal auch seit langem mal hier wieder krasses Kaufvolumen reinbekommen. Wir haben es geschafft, nachdem wir nochmal einen kurzen Blick nach unten gesehen haben, in die Region von ungefähr 37.000 US-Dollar Volumen in den Markt zu kriegen. Wir sind über unsere rote Downtrendlinie, die sieht man hier ganz gut, wo immer wieder Widerstand war, sind wir gebrochen und sind dann fast unaufhaltsam, kann man ja im Endeffekt so sagen, in Richtung von knapp 42.000 US-Dollar gestiegen. Jetzt wird es natürlich interessant, wie geht es jetzt weiter? War das jetzt endgültig das Mittenpump? Sind die 33.000 aus dem Game? Darauf gehen wir jetzt auf jeden Fall ein. Wie gesagt, momentan bei ca. 41.500 US-Dollar. Wichtig war, Downtrendlinie durchbrochen, 4 Stunden E-Mail-Ribbons als Support nochmal bestätigt, sind in grün geflippt, befinden sich jetzt genau hier an dieser Downtrendlinie. Über uns haben wir jetzt natürlich krassen, krassen Widerstand. Das war eigentlich so die Zone. Oder beziehungsweise wir haben seit Wochen oder seit Tagen, besser gesagt, darüber gesprochen, sobald wir hier wirklich mal drüber kommen, dass wir hier einen kleinen Short Squeeze reinkriegen könnten, weil wir hier drüben dieses Void haben. So ist es jetzt im Endeffekt auch gekommen. Jetzt befinden wir uns in einer multiplen Supply-Zone, heißt hier ist eine Menge, Menge Supply-Zone. Eine 1, 2, 3, 6, 8, 12 Stunden Supply-Zone. Ob wir das jetzt übers Wochenende schaffen, halte ich weiterhin für fraglich. Wir müssen, damit ich jetzt wieder richtig bullish werde und wirklich die 33.000 US-Dollar ausschließe, finde ich, müssen wir erstmal hier über die 44.500 bis 45.000 US-Dollar. Einfach, um ein höheres Hoch hier oben zu bilden, beziehungsweise dieses Hoch hier drüben rauszunehmen und dann könnten wir auch schon den nächsten Short Squeeze in Richtung 46.000 US-Dollar sehen. Solange wir hier nicht drüber kommen, halte ich es immer noch für möglich, dass wir mindestens, mindestens, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, auch auf dem Daily Retest in die Region von 38.000 US-Dollar sehen. Einfach nochmal diesen ehemaligen Downtrend, der wochenlang oder monatelang, kann man ja auch schon sagen, Widerstand war, wirklich nochmal als Support bestätigen und dann den Start nach oben hin. in einem neuen Bullrun möglicherweise dann starten. Jetzt ist natürlich Wochenende, wir haben es im E-Gip, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber dürfte hier ungefähr um den Monats-Pivot sein. Um vielleicht ein paar zu frühe Longs rauszukicken, wäre es nochmal möglich, dass wir auf jeden Fall in den Bereich von 36.000 US-Dollar kommen. Das wäre jetzt das Bullish-Case. Runtergehen, Downtrend ehemaligen als Support bestätigen. Vielleicht noch ein bisschen tiefer, um noch ein paar zu frühe Longs rauszukicken und dann einfach den Trend nach oben hin fortzusetzen. Weiterhin, ich habe es gerade eben schon angesprochen, besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, den Bereich um 33.000 bis 32.000 US-Dollar anzutesten. Solange wir, ich habe es gerade erwähnt, nicht hier drüber kommen und kein höheres Hoch bilden, befinden wir uns meines Erachtens immer noch in einem Downtrend. Dieses letzte Hoch ist extrem wichtig bei ungefähr 43.500 US-Dollar. Ansonsten ein Pullback in diese Region ist möglich. Ich würde jetzt nicht krankhaft darauf warten. Die Möglichkeit besteht, wichtiger ist hier dieser Retest, beziehungsweise in die Region von 36.000, 37.000 US-Dollar. Das auf jeden Fall am Hinterkopf behalten. Worst Case gilt für mich weiterhin die 33.000 bzw. 32.000 US-Dollar. Man merkt es in den Telegram-Gruppen, es war gestern haufenlos. Überall, ja, wir sind jetzt gepumpt, neuer Bullmarkt. Oh nein, ich habe nicht gekauft. Bester Weg ist immer noch DCA, also Dollar Cost Averaging. Kauft einfach immer ein bisschen nach, habt aber noch was in der Hintern, falls wir hier wirklich nochmal drunter kommen. Weil dann ärgert ihr euch, oh ja, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt kommt langsam wieder dieses FOMO-Gefühl auf. Das ist richtig krank. Wie schnell dieses FOMO-Gefühl in allen Telegram-Gruppen. Ja, jeder, oh nein, ich habe jetzt nicht gekauft. Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt noch schnell rein longen und sowas. Leute, macht es nicht. Passt einfach auf. Longt jetzt nicht hier in so eine Candle rein. Überlegt mal, der RSI ist hier, wir sind jetzt auf dem 4-Stunden-Chart, bei ungefähr 75, 76. Braucht auch mal ein bisschen Verschnaufpause, mindestens nach unten. Und da würde sich so ein Retest natürlich anbieten. Hier unten wäre dann eine Möglichkeit, eventuell eine Long-Position, eine kleine, zu eröffnen. Sollten wir einen Retest hier sehen am Montag oder Dienstag oder übers Wochenende. Müssen wir dann mal schauen. Ansonsten, dieser Bereich hier unten ist weiterhin wichtig. Volumen, krass angestiegen. Das ist Breakout-Volumen. Das wollen wir sehen. Nicht so rumgeeiert wie hier drüben, wo wir dann sagen, ja, könnte Breakout-Volumen sein. Das war es nicht. Das war endlich genau das, was wir endlich mal sehen wollten. So, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist bullisch. Wir haben sogar den 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart hier als Support nochmal bestätigt. Schon mal eine gute Möglichkeit. Ihr kennt es bei den Altcoins, immer gut beim 200er SMA. Bei Bitcoin bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Hat aber erstmals Widerstand gewirkt. So, jetzt müssen wir einfach beobachten, wie läuft der Tag jetzt weiter. Mehr können wir bei Bitcoin nicht sagen. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hatte erst ein bisschen Probleme hier am Golden Pocket. Wurden hard rejected, sind wieder runtergekommen. Wurden dann aber auch rasch wieder aufgekauft. Bei Ethereum fehlt mir sogar noch ein bisschen Volumen. Also, Ethereum hat zwar nachgezogen, aber Volumen nicht so geil. RSI relativ weit oben. Also, auch hier besteht die Möglichkeit, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer kriegen. Wäre aber auch nicht verkehrt. Wir sind jetzt hier am 0,786er rejected worden. Ihr seht es hier auf dem Dollar genau. Da wäre es uns natürlich auch wünschenswert. Das haben wir auch gestern im Video angesprochen. Wenn wir drüber kommen, über das Golden Pocket, nochmal ein Retest dieser Region um das Golden Pocket. Einfach um nochmal diesen ehemaligen Widerstand. All Support zu bestätigen. Ihr seht es hier drüben, hier war auch eine Supply Zone, die wir durchbrochen haben. Retest da drauf. Dann das 0,786er durchbrechen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Fraglich ist, ob dieser kleine Retest, ich sag mal hier in die Region von 2.850 US-Dollar, wirklich reicht, um den RSI jetzt abzukühlen. Also, jetzt ist es wieder schwerer. Ich kann mir auch hier einen kurzen Blick auch ins 0,5er vorstellen, um alle wieder bearish zu machen. Oh nein, das Golden Pocket hat nicht gehalten. Passt einfach auf. Behaltet den RSI im Blick, behaltet das Volumen im Blick, behaltet das 0,786er hier im Blick bei ungefähr 3.035 US-Dollar. Ist eine Möglichkeit. Ansonsten ist dieses Hoch hier wichtig bei erst mal 3.300 US-Dollar. Für mich persönlich wichtiger wäre hier die Region um 3.400 US-Dollar, weil wir dann einfach hier ein komplett höheres Hoch hätten. Wir hätten dieses Tief rausgenommen und dieses Tief und dann ist wieder Bullmode angesagt. Wir haben ein höheres Hoch, wir hätten dann nochmal vielleicht ein höheres Tief bilden. Ansonsten sieht es wirklich gut aus, erst einmal schauen wir uns ein paar Altcoins an. Die Altcoins ziehen auch ein bisschen nach. Cardano hat aber noch ein bisschen Probleme. Wir hatten es gestern schon in der Gruppe. Wir sind hier wochenlang in unserer Seitwärtsphase bei unserem Key-Level bei 1 Dollar haben wir uns bewegt. Jetzt haben wir hier diese blaue Widerstandslinie, ihr seht es, immer wieder hier oben Support gewesen. Jetzt wurden wir Rejected, plus der 200er SMA, plus der 200er EMA liegen hier. Also Altcoins zögern noch ein bisschen, Volumen ist hier ein bisschen reingekommen, aber auch nichts Weltbewegendes. Jetzt, könnt ihr euch vielleicht an das Video von der Krypto-Eule erinnern, wo wir gestern noch gedreht haben. Link findet ihr unter den ganzen Videos, sag ich mal. Haben wir auch darüber gesprochen, es fehlt das Volumen. Und bei Bitcoin haben wir jetzt endlich mal Kaufvolumen gesehen. Bei den Altcoins, immer noch ein bisschen schwach, also da fehlt mir noch ein bisschen die Power dahinter. Schauen wir uns Solana an. Solana hat es geschafft, hier diesen ehemaligen Support-Bereich wieder als Support zu bestätigen, plus die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Volumen angezogen, gefällt mir besser als Cardano hier. RSI relativ weit hoch. Also auch hier wäre ein Rücksetzer wünschenswert. Wir sind hier jetzt auch fast an den Monats-Pivot gekommen, plus 200er SMA, 200er EMA. Also ein bisschen Luft nach oben ist noch in die Region von 125 US-Dollar. Ansonsten auch hier wäre es wünschenswert, erst ein kleiner Rollover, ein kleiner Pullback zu kriegen, um den RSI abzukühlen, auch übers Wochenende und dann am Start, vor allem in den Montag oder Dienstag, dass wir dann RSI relativ neutral halten und dann weiter zu pumpen. Das wäre jetzt so die Wunschvorstellung erst einmal. Polkadot können wir uns angucken, seitwärts war es so verlassen, schön bestätigt hier, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons sind grün geflippt. Auch hier Monats-Pivot, 200er EMA, kurz darüber noch der 200er SMA. Also ihr seht, wir kommen jetzt hier in diese ganzen Widerstandszonen. Die Altcoins füllen hier alle drüben diese Voids, diese krassen Abverkäufe sind jetzt mittlerweile wieder aufgefüllt. Gutes Zeichen, Void gefüllt. Jetzt ist das Problem, jetzt kommen die ganzen Widerstände ins Spiel. Wir hatten vorher nicht viel Widerstände, wir hatten einfach nicht die Power, um diese minimalen Widerstände zu durchbrechen. Jetzt brauchen wir die Power, um diese multiplen Widerstände hier auf jeden Fall zu durchbrechen. Also 200er SMA, 200er EMA, Monats-Pivot, das sind echt scheidende Widerstände und die müssen wir auf jeden Fall zu Support wieder umändern. Also das wird wirklich interessant, ob wir das nachhaltig schaffen. Gut, schauen wir uns Luna an. Hat sich Luna irgendwas getan? Auch hier Volumen reingekommen, aber guckt euch mal diese Kerzen an. Minimale Kerze, krasses Volumen, dann so eine Pump-Kerze, weniger Volumen. Nachhaltig, Fragezeichen, bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Auch hier Void relativ gut gefüllt. Hier hätten wir sogar noch viel, viel mehr Luft nach oben in Richtung Monats-Pivot bei ungefähr 63 US-Dollar. Wird sich zeigen, ob wir jetzt hier ein bisschen nachziehen können. Auch hier der RSI relativ weit hoch. Also behaltet das ein bisschen im Auge. Seid jetzt nicht zu euphorisch. Ihr könnt euphorisch sein, wir haben endlich mal diese 40k geknackt. Wir haben einen Downtrend geknackt, aber passt weiterhin auf. Behaltet den RSI im Auge, behaltet auf jeden Fall, oder behaltet nicht, kommt nicht in den Begriff jetzt FOMO zu kriegen, weil der Kurs jetzt mal 10% gepumpt ist. Das ist bei Bitcoin völlig normal, es kann morgen genauso wieder 10% runtergehen. Also einfach Beiflach halten, ruhig bleiben, neutral an den Chart reingehen und jetzt nichts überbewerten. Gut, schauen wir uns IOTA an noch ganz kurz. Monats-Pivot rejected, 200 EMA, 200 SMA direkt da drüber. Wir sind auch sogar in unserem ehemaligen Up-Trend hier rejected worden, also auch noch kein wirklich bullisches Zeichen. Hier wünsche ich mir dann auf jeden Fall, dass wir drüber kommen über diese Widerstände. Impulsiven Move, den wir bei Bitcoin gesehen haben, auch bei den Altcoins. Support bestätigen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das ist jetzt so, können wir eigentlich so bei den meisten Altcoins jetzt festhalten. 200 EMA, 200 SMA, Monats-Pivot, behaltet den im Auge. Der muss als Support bestätigt werden, damit wir wirklich weiter nach oben steigen können, zumindest nachhaltig. Ansonsten, kleiner Pullback ist möglich, aufgrund des RSI, zumindest im 4-Stunden-Schaden. Und die anderen RSI in den kleineren Timeframes ist auf jeden Fall auch möglich. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Globale Umfrage bestätigt, Kryptowährungen sind gefragt oder denn je. Ja, wen wundert es, überall auf der Welt, Indien hat es legalisiert, um es jetzt mal einfach so zu sagen. Immer mehr Länder folgen, wundert mich nicht. Wen der Artikel interessiert, Link ist auch in der Videobeschreibung, werden die euch später noch in die Telegram-Gruppe packen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende, schönen Samstag, entspannt schön. Morgen Crypto Talk, wer es noch nicht auf dem Schirm hat, kommt morgen dann gegen 12, 13 Uhr auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, ansonsten schönen Tag. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, liked den Kanal und wünsche euch einen schönen Tag. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.